Wer ein gesundes Leben führen möchte, sollte unbedingt auf ein adäquates Gewicht achten. Dies ist kein einfaches Unterfangen, denn verschiedenste Lebensgewohnheiten führen häufig zu Übergewicht. Es gibt jedoch verschiedene Gewürze, die den Stoffwechsel anregen und ganz einfach in die Ernährung eingebaut werden können, um damit Fett besser zu verbrennen. Wer ein gesundes Gewicht erreichen möchte, muss insbesondere drei Ziele vor Augen haben. Die Gewürze, die wir dir heute empfehlen, sind reich an Nährstoffen, die deine Lebensqualität verbessern und Krankheiten vorbeugen können. Man kann damit zum Beispiel Vorsorge gegen folgende Beschwerden leisten. Die Sinfpflanze gehört zu den Kreuzblütlern, wie auch Kohl, Brokkoli oder Rosenkohl. Sinfkörner regen den Stoffwechsel an, da sie die Körpertemperatur steigern und dem Organismus helfen, effektiv Kalorien zu verbrennen. Wir empfehlen auch diesen Beitrag. Exotische Gewürze für ein fittes Gehirn Kurkuma, auch Gelbwurz genannt, ist als Gewürz für viele Gerichte sehr beliebt. Aus unterschiedlichen Studien geht hervor, dass dieses Gewürz die Fähigkeit hat, Fetteinlagerungen im Gewebe zu reduzieren. Das bedeutet, dass damit Körperfett reduziert und über Gewicht vorgebeugt werden kann. Darüber hinaus ist die intensivgelbe Wurzel bei einer Insulinresistenz ebenfalls ausgezeichnet. Damit kann auch Hyperglykämie reguliert werden. Möchtest du deine Fettverbrennung anregen und dies nicht nur mit Sport erreichen? Wer abnehmen möchte, muss sich regelmäßig bewegen und braucht dafür viel Zeit. Es ist kein einfaches Unterfangen, das gewünschte Gewicht zu erreichen. Ingwer kann dabei sehr hilfreich sein. Denn er bewirkt, dass der Körper das angesammelte Fett als zusätzlichen Treibstoff verwendet. Außerdem beruhigt und entspannt die scharfe Wurzel auch den Magendarmtrakt. Denn sie wirkt entzündungshemmend. Um von allen Vorteilen optimal zu profitieren, stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Am einfachsten ist es, jeden Tag eine Tasse Ingwer-Tee zu trinken. Du kannst diesen Tee in dein Frühstück einbauen. Ingwer kann auch in Mixgetränken oder vielen Speisen als Gewürz verwendet werden. Kleiner als 7120678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Down Binde Strich Größer als Google Tag CMD CMD Push Function Google Tag Define Slot 7120678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Down 300 250 336 280 DIVGPTAD 1503391790647-0 SETTARGETING RED VOLTS SETTARGETING Section 6 SETTARGETING URL 7 Gewürze die den Stoffwechsel anregen SETTARGETING TOPIC DEFAULT SETTARGETING MAFIELTYPE GET MRFP SETTARGETING SETTARGETING TRUE TRUE ADSERVICE PUBATS Google Tag ENABLED SERVICES Google Tag DISPLAY DIVGPTAD 1503391790647-0 Entdecke auch diesen Artikel, Drink aus Kokosnuss, Ananas und Ingwer um Gewicht zu verlieren und Flüssigkeit auszuscheiden. 4. Kadamum Kadamum ist ein sehr aromatisches Gewürz, das bereits im Alten Orient als Heilmittel gegen Verdauungsbeschwerden verwendet wurde. Der Geschmack ist gleichzeitig süß und scharf und verleiht den Speisen ein ganz besonderes Aroma. Doch nicht jeder mag diesen Geschmack. Viele müssen sich zuerst daran gewöhnen. Doch Kadamum ist ideal, um den Stoffwechsel zu aktivieren und Fett schneller zu verbrennen. 5. Zimt Ceylon Zimt Der billigere Cassia Zimt ist nicht zu empfehlen, ist die Rinde eines Baumes, die gerollt wird und für ihr ganz besonders Aroma bekannt ist. Zimt hat sehr viele Vorzüge, damit kann Säure reduziert werden. Die Darmperistaltik wird verbessert. Man kann Grippe vorbeugen, den Blutzuckerspiegel regulieren und auch den Triglycerid und den schlechten Cholesterinspiegel LDL regulieren. Um von all diesen Vorzügen zu profitieren, ist es ausreichend, ein bisschen Zimt auf den Nachtisch zu streuen. Du kannst dir auch täglich eine Tasse Zimt-Tee zubereiten. Falls du etwas mehr Abwechslung möchtest, kannst du Zimt auch in Milch- oder Mixgetränken verwenden. Wir empfehlen auch diesen Artikel, köstlicher Drink aus Ingwer und Mandeln um Flecken auf der Haut aufzuhellen. 6. Kümmel Möchtest du deine Fettverbrennung anregen und dies nicht nur mit Sport erreichen? Wer abnehmen möchte, muss sich regelmäßig bewegen und braucht dafür viel Zeit. Es ist kein einfaches Unterfangen, das gewünschte Gewicht zu erreichen. Ingwer kann dabei sehr hilfreich sein. Denn er bewirkt, dass der Körper das angesammelte Fett als zusätzlichen Treibstoff verwendet. Außerdem beruhigt und entspannt die scharfe Wurzel auch den Magendarmtrakt. Denn sie wirkt entzündungshemmend. Um von allen Vorteilen optimal zu profitieren, stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Am einfachsten ist es, jeden Tag eine Tasse Ingwer-Tee zu trinken. Du kannst diesen Tee in dein Frühstück einbauen. Ingwer kann auch in Mixgetränken oder vielen Speisen als Gewürz verwendet werden. Entdecke auch diesen Artikel, Trink aus Kokosnuss, Ananas und Ingwer Um Gewicht zu verlieren und Flüssigkeit auszuscheiden. Kardamom ist ein sehr aromatisches Gewürz, das bereits im Alten Orient als Heilmittel gegen Verdauungsbeschwerden verwendet wurde. Der Geschmack ist gleichzeitig süß und scharf und verleiht den Speisen ein ganz besonderes Aroma. Doch nicht jeder mag diesen Geschmack. Viele müssen sich zuerst daran gewöhnen. Doch Kardamom ist ideal, um den Stoffwechsel zu aktivieren und Fett schneller zu verbrennen. Ceylon Zimt Der billigere Cassia Zimt Ist nicht zu empfehlen, ist die Rinde eines Baumes, die gerollt wird und für ihr ganz besonders Aroma bekannt ist. Um von all diesen Vorzügen zu profitieren, ist es ausreichend, ein bisschen Zimt auf den Nachtisch zu streuen. Du kannst dir auch täglich eine Tasse Zimt-Tee zubereiten. Falls du etwas mehr Abwechslung möchtest, kannst du Zimt auch in Milch- oder Mixgetränken verwenden. Wir empfehlen auch diesen Artikel, Köstlicher Drink aus Ingwer und Mandeln Um Flecken auf der Haut auf zu hellen Kümmel aktiviert nicht nur den Metabolismus. Er verleiht auch vielen Speisen einen ausgezeichneten, ganz besonderen Geschmack. Auch dieses Gewürz zeichnet sich durch viele Vorzüge aus, die eine Gewichtsreduktion unterstützen können. Schwarzer Pfeffer gibt vielen Speisen einen köstlichen, leicht scharfen Geschmack. Er hat auch viele gesundheitliche Vorteile. Schwarzer Pfeffer wird in sehr vielen Gerichten verwendet. Er ist sicher auch in deiner Küche vorhanden. Falls dies nicht der Fall ist, solltest du das schnellstmöglich ändern. Wenn du in möglichst kurzer Zeit an Gewicht verlieren möchtest, empfehlen wir dir, deine Gerichte mit diesen Gewürzen zu verfeinern, die den Stoffwechsel anregen. Zusätzlich musst du natürlich auch auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung achten und ausreichend Sport treiben, um dein Ziel zu erreichen und das Gewicht danach auch beizubehalten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017